Klaus, ja Klaus, und das Morgenteam, und das Morgenteam. Es tut mir zwar leid, aber das Geld ist schon weg. Wo? Äh, ich meine, wer hat denn das gewonnen? Na, gerade eben hat doch ein Hörer angerufen und gewonnen. Achso, hier, hallo. Also, wenn Sie jetzt noch zuhören. Ich bin der Schmähche Gründer und Gartenhef, und ich habe die Hits auch gehört. Und deswegen, Teilen macht glücklich, meine Konto-Nummer ist die 1-8-6-8-2-5-6. Moment, 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 Schmähche, Schmähche! Geht's denn? Sie können doch hier nicht einfach so unsere Hörer anbetteln. Kann ich denn nicht wenigstens irgendwas gewinnen heute? Na gut, Schmähche, wenn Sie alle drei 50.000 Mark Super-Hits drauf haben, dann gibt's was Süßes. Na gut, also, da wäre erst mal das Beste aus den 80ern, Alpha-Win mit Forever Young, dann das Beste aus den 90ern, Experience mit Never-Ending-Träume, und das Beste von heute, äh, Alpha-5-6 mit Blübi-Dubi-Dubba. Ja, super, Schmähche, Mensch, die haben ja wirklich alle drauf. Genau, 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 und deswegen nehme ich mir jetzt die Aline mit. Hä? Wieso und das? Sie haben doch gesagt, wenn ich die Hits alle kann, dann gibt's was Süßes. Gartenhef. Radio PSR.